Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich hoffe es geht euch gut und dass ihr Weihnachten gut hinter euch gebracht habt. Es ist Freitag, ich habe heute die Frühschicht im Krankenhaus, deshalb muss ich ein bisschen Gas geben. Ich mache die zwei Kurzvideos, die Großvideos und noch ein langes Video. Ob ich danach noch Zeit habe, ein weiteres Video zu machen, bezweifle ich, weil ich werde auf alle Fälle Überstunden machen. Und ich möchte mich wirklich bedanken für die Unterstützung von euch am Ende des Jahres jetzt. Mein Kanal, der fliegt gerade, also ich kriege immer mehr Abonnenten, immer mehr Zuspruch und vielen, vielen Dank für alles. Es tut mir auch leid, wenn ich nicht jede Privatnachricht beantworten kann oder gleich beantworten kann, nicht jeden Kommentar gleich beantworten kann, aber ich habe halt eben auch noch im Privatleben und viel zu tun und ich hoffe ihr versteht das und ich weiß, ihr tut das und ihr steht hinter mir und nochmal wie gesagt, Danke, 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 habt einen schönen Tag von Herzen und ich werde es schon beantworten, nur ich kann nicht immer gleich. Macht's gut, bis später.